Hallo und herzlich willkommen zurück zu Let's Play Pokémon Golden Edition. Habe ich letztes Episode eigentlich Pokémon Blau gesagt? Wenn ja, tut es mir super leid. Ich bin echt wieder total verstreut. Was ist los? Heute ist Samstag. Das heißt, heute findet das Käfer-Tournier statt. Die Regeln sind einfach. Fang ein Käfer-Pokémon mit einem deiner eigenen Pokémon. Das Käfer-Pokémon wird dann von der Geschichte bewertet. Möchtest du es dazu? Klar. Oh oh, du hast mehr als ein Pokémon. Du musst Lobloid auswählen, dein erstes Pokémon. Guck mal. Bist du damit einverstanden? Bin ich das? Bin ich das? Nein! Los problemas. Ich benutze Bommel. Jo, wie benutzt ihr denn Bommel? Erstmal Bommel hat man schon nie enttäuscht. Zweitens. Donnerwelle. Heute ist Samstag. Das heißt, heute findet das Käfer-Tournier. Oh, leck. Es geht auf den Hals. Ja, oh oh. Du musst Warnung auswählen. Ja, ich bin einverstanden. Gut wird passen, währenddessen auf deinem anderen Pokémon habt. Wir wollen den Turnier-Helfer übergeben. Hier sind die Parkbälle für das Turnier. RdL 20 Parkbälle. Wer das stärkste Käfer-Pokémon-Fan hat gewonnen! Du hast 20 Minuten Zeit. Wenn du keine Parkbälle mehr hast, ist das zu dir wertet. Das ist das letzte Pokémon, das du gefangen hast. Behalten! Los, fang das Stürz und Käfer-Pokémon auswählen. Das war... Ich steh mich im Weg rum, Mann. Ornyu. Uninteressant. Blutzug. Interessant. Blutzug wurde gefangen. Ornyu. Nein. Pinsier. Es gibt tatsächlich Pinsiers hier. Donnerwelle. Komm schon. Noch ein Tackle. Oh verdammt. Oh verdammt, oh verdammt, oh verdammt, oh verdammt, oh verdammt. Ich hab aber keine Items mehr. Nein! Das war's. Energiefokus. Heute ist mein Glückstag. Mehr oder weniger. Komm schon. Nein! Das kann doch nicht sein. Ja, das war's. Schade, Bombe, Elia-Kränk. Oh ja. Ihr werdet nun deine gefangenen Pokémon. Gewinner stehen fest. Bist du bereit? Ja, dritter wurde Kämpfer Dammer Endung mit einem Seeschloch. Wie hab ich mit nem Blutzug jetzt noch ne Chance? Zweiter wurde Eddie mit einem Blutzug. Naja, zweiter. Der Pinsier hätte mir bestimmt den ersten Platz beschert. Äh, Camper Till mit einem Pinsier. Ja, ich hab's vorgeschwächt und blöder Drecksack. Mit einer Punktzahl, ja. Eddie gewinnt zweiter Brass Ewigstein. Na toll, ich gewinne einen Ewigstein. Nimm bitte auch das nächste Mal teil. Wir geben dir deine Pokémon zurück, bitteschön. Nein! Ich habe nicht vor, dieses Blutzug zu behalten. Bild, PC, ablegen, Blutzug. Oh Mann, hier ist es echt so toll. Ich glaube, man kann Dienstag, Donnerstag und Samstag dran teilnehmen, in diesem Käfferturnier. Ähm, hier, wer bist du? Ich gehe auf dem Park spazieren, aber ich meine das so krass. Trainer möchten immer kämpfen. Zu dir möchte ich. Pass bitte auf. Oh, ich muss aufhören, immer wie ein Lehrer zu denken. Du musst ein Pokémon-Trainer sein. Da du so hart erbartest, möchte ich dir dies gegen mir halt flink klauen. Erhüllt manchmal die Initiative, und der Müllton ist nix. Und der Müllton ist auch nix. Ich spiele jetzt Stickern, die ich aus meinem Pokédex gedruckt habe. Ist ja interessant. Falls ich gerne hatte, ich die Pokédex-Sickern meines Gegners. Bitte erzähl mir mehr. Wie zum Beispiel, hier ist, ähm, dieser Zaun. Der ist, äh, wie soll ich sagen, an einer gewissen Stelle recht instabil. Wie recht instabil, das kann ich dir gar nicht glauben. Ach nein. Pupp dich. Paraheiler. 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 Hey, wer bist du? Ich drucke meinen Pokédex aus. Du kannst auch Briefe oder Policierboxen ausdrucken. What the hell? Who cares? Und du, ah. Das ist der Brief von meiner Tochter, das macht mir Freude. Interessant. Erzähl mir mehr. Bitte Taubsis. Was ist, warum stehst du mich so an? Oh, ein Kampf. Monika möchte kämpfen. Es wird Zeit, dass ich mal die anderen Pokémon benutze. Los, Ortsi. Aquaknarre. Da wir Wartia schon in Action gesehen haben. Heute. Sehr effektiv hast du gut gemacht, Ortsi. Hm. Da fragt sie sich aber, wieso konnte ich nur verlieren? Weil du gegen einen Meister kämpfst. Jetzt ist dieses Turn. Dieses Turne. Ein Sonnkern. Das schweste Pokémon, das hier gelebt hat. Er ist ein Pokémon-Fan. Das ist... Och du Scheiße. Los, Kopf los. Falsche wurde besiegt. Mann, mein Birke, Mann. Der hat einen Reitsch. Das wusste ich aber auch noch nicht. Komm. Ja. Die Pokémon-Fan. Die Pokémon-Fan. Es gibt noch vier Dinge. Bla, bla, bla. Schüler Julius. Äh. Kopfnuss. Kopfnuss. Ein Voltoball wird in den Kampf geschickt. Da wechsle ich doch mal auf. Hugo. Tackle. 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 Ba, ba, ba. Oh Gott. Und... Nein, Bommel hatte ich schon. Ortsi. Hatte ich schon. Hugo, die so... Und jetzt kommt ALFLP. Welcher immer noch verletzt ist. Weil daher unfähig ist. Ba, 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 ba. Meine Pokémon sind so niedlich. Ich möchte mich entscheiden. Snubbull. Dieses Snubbull ist gut verwirrt. Ich habe Biss eingesetzt. Und nochmal Biss. Und nochmal Biss. Und nochmal Biss. Ja. Hier meine Tasche an. Ich schaue meine Lieblings... Och. Wieso? Haben die... Alle so mit dem Drucken. Von irgendwelchen x-bliebigen Stickern. Das ist nicht cool. Und hier ist eine. Hey, da ist eine Eisbäre. Oh nein. Ich werde jetzt deine Gedanken lesen. Ein Psycho. Dum, 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 dum. Psycho Jacques. Möchte kämpfen. Jacques. Unlich. Der Attac ist sehr effektiv. Erst benutzt Blitz, aber ein Stück fehlt. Und ich mach nochmal. Und das... Äh, das ist ein Armpverein. Ja, das ist ein Kadarpverein. Ja, das ist ein Kadarpverein. Ja, das ist ein Kadarpverein. Ich werde jetzt deine Gedanken lesen. Ein Psycho. . Kacke. Oh, Mann. Mach Slam. Mach Slam. Mach Slam. Ah, wieso? Das ist doch echt nicht... Wollt ihr mich verkacken? Los, Hugo. Das war nicht die beste Wahl. Mann. Schau nicht. Haber da, haber da, haber da. Dank meiner Studie bin ich für jedes Pokémon bereit. Ich bin aber nicht für dich bereit. Los, Diso, Kopfchnuss. Kopfchnuss. Wie du schläfst. Los, Bommel, Donnerschock. Äh, ups, ein Fehler in der Berechnung. Nein. Ich hab nämlich keinen Platz. Ah, der Baumschmier, da komm ich auch gar nicht vorbei. Was gibt es hier für Pokémon-Topsis? Und dann hier, Plex. Ich wollte schon mal zeigen. Jetzt würde ich gerne nach Hause rushen. Ah, Mann. Nein. Ah, ich laufe echt hier. Proben ohne nachzudenken. Kokosetta. Und in Hyperspeed wieder zurück. Hyperspeed. So. Äh, was haben wir heute gemacht alles? Wir haben am Pokémon-Wettbewerb teilgenommen. Äh, wir haben Trainer besiegt. Und wir machen hier einen Schnitt. Wir sehen uns morgen wieder. Wenn es heißt. Let's play Pokémon. Die goldene Edition. Bis dahin. Ciao.